Heute möchten wir Ihnen die BB Desert Eagle vorstellen. Die ideale Waffe für Einsteiger. Durch ihre einfache Bedienung und besonders günstige Preis-Leistungs-Verhältnis ist diese Pistole vor allem für Anfänger sehr gut geeignet. Zusätzlich zu der unten auf dem laufmontierten Picatinny-Schiene kann eine zusätzliche Montage auf dem Schlitten angebracht werden. Diese CO2-Pistole erwies sich als sehr präzise und zielgenau. Zu den technischen Details dieser CO2-Pistole. Kaliber 4,5 mm Stahlrundkugeln mit 15 Schuss im Magazin. Ein Gesamtgewicht von 400 Gramm, eine Gesamtlänge von 210 Millimetern. Geschossgeschwindigkeit 120 Meter die Sekunde. Abzugssicherung und der Antrieb erfolgt über eine 12 Gramm CO2-Kapsel. Der zweite Buchstabe lautet I wie India. Weitere CO2-Waffen finden Sie in unserem Online-Shop unter www.waffenfuzzi.de. Diese CO2-Waffe darf ab von Ende des 18 Lebensjahres frei erworben werden. Schießen nur in der Vorfolge gesehenen Schießanlagen oder in befriedetem Besitztum. Das Führen ist verboten. Weitere Informationen zu diesem Thema auf unserer Webseite.